und dann kommen wir mal terminieren schwaren töte terminien um ihre ansatz zu reduzieren dass wir die hydra in herkules endlich auf mit der kopf ab noch mal da bin ich jetzt auch extrem ja also ich nehme gar keinen schlag jetzt hier mit kein orbital schlag ich habe mich natürlich hat rückschuss durch der drückstoß gewehr hier überhaupt platzieren kann da mein patrioten anzug ruhig mehr auf den nächsten höheren schwierigkeitsgrad warum denn nicht in den proben ja dann brauchen wir ja nicht so viel glaube ich okay aber wahrscheinlich nicht so viele nämlich an ja schon mal meine geschütze wir sagen doch töten wie blöd was meins was meins also tötete sie alle und ich hoffe meinen mecca hier schießt meine rechte seite nicht also eine kettling also soll der stürmer ist habe ich schon gemerkt soll ich glaube der stürmer ist tot das ist ein schönes war der stücke klar ja ja aber bis jetzt kommt gar nichts hier nah genug komme ich heran okay wenn wir jetzt gerade ziemlich schuldig frau stürmer wo jetzt kann mit dem auch was in den kann ich auch mit annahmen mit meinen raketen ja ja säurezitaten ich bin ja noch immer ein ding drin ja ja weg da gut ist wir haben schon 67 prozent ich habe auch ein paar kenne auf den geworfen und so ich habe ja auch ein paar kenne auf den geschossen muss man nicht auf der arbeit gemacht hat ja ich habe mich noch ein kollege gibt ja keine aber ich wüsste nicht meine pistole ab jetzt gar keine anderen es gibt ja nur normal proben habe ich gerade gesehen ich schaue mich ja die ganze zeit um aber ist nichts da habe ich mir wollte gerade eine ganze horde aber sind alle vorweg weg die sind relativ weit entfernt ja da schon mal auf jeden fall ja komm schon mal locker sowieso nur noch mal proben wir haben es geschaffen weil die alter ich habe schon 30 kills habe ich mit dem giftgas jetzt gemacht ja aber da sind sehr viele wenn wir uns hier raus ich bin ja schon wieder tot aber ich bin tot einfach gehe ohne mich irgendwie ist ja gerade nichts wo sind mal proben da kommt ja gerade nichts aber nichts kommt da kann man ja alles einsam wenn ihr deswegen gibt es ja wahrscheinlich nur normal proben so da sind die mein gott ich suche dir die ganze und wenn er jetzt hier einfach so kann man auch gratis proben bekommen da finde ich wollte eigentlich jetzt wenn wir schon gerade zwischen bekommen ich finde nicht was ich wieder gestorben ist ich bin kann vielleicht aber du hast ihn abgeschlossen ich habe nicht versucht auf den zu landen denke ich bin auch neben den gelandet aber ich glaube da war ja schon vorher tot ich habe meine raketen mit meinen ich weiß auch nicht stürmer die macht damit am kopf schaden so hier sind die letzten beiden jetzt kann man gehen jetzt kann man gehen der warte einfach hier bis wir alles heim sammeln können also ich wollte schon sagen warum da nichts passiert ist ach so dann startet der counter dann deine wir haben wir bekommen aber auf ding zu macht haben auf extrem da irgendwie auch schon gewollt ich habe auch einen erfolg bekommen ja die seltenen die ich weiß nicht wie die auf deutsch heißen aber die die gibt es nicht an solchen solchen missionen das wäre ein bisschen zu einfach ja ich bin überhört dass wir da so gut stand gehalten haben ganz ehrlich ich bin mein exo anzug du mit deinem giftgas und so da ich hatte auch gar nichts irgendwie dabei irgendwie ich habe gar keinen luftschlag dabei mitgenommen ja ich habe zweimal gegen seinen kopf geschossen oder dreimal ich wusste nicht ob das was gemacht habe ja der kopf oder der untere bauch die da ist ja verwundbar ja er wurde da geschaffen die stürmer die ganze definitiv auch mit den raketen erledigen dann habe ich ja ich habe den mit der kanone und mit der mit der mg ja ich meine den anderen den orangenen der hat zum beispiel nur zwei autokanonen ja ist das nicht noch besser eigentlich nicht die hat nur mit der gepackten richtung unter dem so stand aber nicht da glaube ich so dann bräuchte man nur eingeschützt jetzt ja mit dem giftgas habe ich 38 gegner gekillte aber genau bei so einem backdurchbruch platziert es war ein paar von diesen wir an den dingern finden keine sorge spritzen machen nicht süchtig ergebnis einer per makura studie per makura legen sie ihr leben in unsere hände ich habe kein problem musik ich habe sie so wo oder leider sagt man sagt mal diese pilze man man hat schlag weg man tut ja ich bin tot von dir erledigt dann machen wir die pilze irgendwie kaputt oder raketen aufschießen ja das geht auch aber ich halte ein ganz schön weiter aus also die gehen ich mit einem schuss dauern besser nur zwei ja ja ich weiß dann sind die beiden mehr als einer aber ich muss sicher wieder reden Entschuldigung noch nicht also viel halten die nicht aus ich sage so geht dabei Entschuldigung da kann ich nicht ich werde mal ausprobieren ob das stimmt oder dann es geht immer aus das kann sich jeder doch meckar aktiviert warum das funktioniert 23 auch gerade aufgeschichten ich wollte ausprobieren ob der gift schlag hat gehört hat in den kommentaren mal geschrieben von dem video mit dem gift schlag die nächste auch kaputt machen kann sondern hat funktioniert er hat schon mal hinter uns habe ich so gefühl da wo sind meine sachen ich sehe die ich sehe die gerade nicht irgendwie gar nicht drin bin ein minimaler fahrer ich höre mal dick ist werden ja wir müssen müssen wir hin jetzt habe ich eine spitze ich war doch für karte kommen hier sachen aus dem boden gehst du weg mir hängt man einen schuhmann zwei jahre gibt es hier anscheinend kreierung hier mein gott da muss man ja wenn ich werde ich in dem ding wenn musst du die augen leider aufhören ich irgendwie wenn man mir sachen nicht so gut angezeigt im ding da gegner hier ist eine probe was ein ding ein stürmer ich glaube es ist wieder so ein postfach ist ja wieder muss ich noch reinpacken wir müssen mal zum kommunikations vielleicht kann ich damit da reingehen ich weiß nicht ob er jetzt dahin müssen müssen wir jetzt hier zum dann über lokals relais hochland bringen wir es jetzt nur kommunikations oder ich ja nicht zum grauen ding bis mal in und nicht nein ich kann ja nicht kaputt machen aber ich kann die dinger nicht damit sich mit meiner king kaputt machen also ich dachte wieder nicht hier ich habe sie nicht getroffen ja mein gott wie genau muss man hier treffen wenn ich einfach darauf stampfen ich mache die gegner ja keine nein warte ich mache dass die dinger ja wenn ich die treffe ok ja jetzt kommen sie natürlich so gehen wir mal zum anderen orangischen nehme ich an so eure titan ich glaube ja schon gesehen ich habe keine raketen mehr kann ich das ding da unten abschießen von seinem bauch ja 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 okay denn sein gericht geschossen ich muss nachhören direkt stürmer nein dieser gleiche blockiert mich hier nein dass mich hier durch irgendwo war ja ein stürmer gerade noch nein mein mecker ist kaputt okay der stürmer ist tot weiß nicht wieso jetzt so gut ja bei mir ist gerade rechtlich das paket ich kann jetzt auch aufnehmen ich muss noch drei minuten warten wenn ich wieder stürmer gestorben ist aber irgendwann tot ich habe keinen stürmer gesehen okay du machst du was mit dem paket aber wenn ihr nur zwei proben sind dann müssen wir genau die finden nein bleibt da stehen leute oder ein ding geworfen wieso die sind schon irgendwie bei mir haben die sich in luft aufgelöst bevor das ding hochgegangen ist die sind praktisch despawned als das ding hochgegangen ist ok ok mein geschützchen dahin packen das ist es vor also ist egal sie waren alle sterben ich glaube ich habe es genau auf den drauf gelandet ja ich gehe mal herum wenn man geschützt hat ich habe dicke ist glaube ich na na nein ja ja so müssen wir hier machen grüner kann auch nicht schlecht sein da war dann wird dann bilder gar doch der erledigt hatte das stimmt wo ich schon kollege ist tot aber jetzt noch irgendwie von allem umspannen das ist doch ein stürmer ja wirklich mehr hin nein leute geht weg sein kopf ist ja noch einmal ich wollte nicht dinge man hat ja verlegen lassen jetzt gehen wir ja noch ein paar geht da warum schlippen sogar und sohn müssen wir ja so oder so also immer mehr hat schon immer mehr hat schon ja einpacken können irgendwann irgendwo energie reaktor aktivieren bringen dass das sehr zum kommunikationsrelais kommunikationsrelais da oben daten über lokales volet hochladen ist jetzt das graue ja ja da ist ja nix jetzt aktivieren oder ja nur die üblichen probleme mehr durch sehen wenn ich den datenträger hier fallen ich kann uns irgendwie nur an aber da komme ich auch und zu ich mache euch nur vier spritzen noch nicht kein vorteil genommen das spiel war gerade extrem so gut sind so schlau sind wir sind ja so oder so zu beiden sachen denn jetzt dahin vorher gehen war nicht ich habe ich mich da reinschleichen kann mit dem ding ja ich sehe den stürmer und bin gerade gesehen also wird man auch immer da drin ist so weder sind noch sachen am leben jetzt ich hätte mal gehen wir vorbereitet so da ist das ding meine das ist irgendwann aktivieren dann ich bin ich an ich bin ich ich bin ich ich bin ich da oben ach so da ich drücke halt bei mir nach rechts nämlich dann sind gegner aber ich glaube wir laufen vorbei noch 20 minuten für die mission ich finde ich gar nicht hat eine combo dabei hat sie fehlerfrei eingetippt stellen wir können versuchen noch die seltenen punkt zu suchen ich gehe mal auf der kleine lässt da oben rechts erst mal ja lassen stürmer da wird er wahrscheinlich so überleben woher steht genau da drin ich glaube da war gut ich nehme an wir gehen dann auf das größe im großen da waren gegner ich werde schon froh über eine sonne liane pol finden da würde ich schon abhauen ganz ehrlich ich war eigentlich noch 17 minuten mein gott ja wenn wir uns da erwartet ich glaube gehen gerade sowohl habe ich eigentlich mein gott ja ich auch aber ich will die gegner aus dem weg gehen deswegen wundere ich mich gerade aber irgendwie kommen wir nicht dazu mal sogar gemacht weil es da auch noch hier ist ein türchen zum aufmachen stürmer ich sehe mich auf das ist ja selten sind eigentlich immer die ganzen unendlichen ordnen von gegnern die wir sonst immer haben meinst oder oder ich war ich warte mal bist du irgendwie auf den schießen ich war gerade mein paket mehr fahren nachladen dann kam er auf mich zugestimmt ich warte mal bist du auf den erst zuerst die raketen zu sparen hier kommt wieder was besser ist mecca aktiviert oder auch mein gott heute war ist klar da kommt auf mich los kommt auf mich los ja scherz oder face da aber hinter mir seiner nein meine wir haben einen arm kaputt gemacht vielleicht mit meinen links hier noch was reißen aber ich habe meinen arm kaputt gemacht die schweine boah leute so ich wollte mit dem ding noch voll viel reißen und die mein arm kann er sein dass ich ihn selber weg gesprengt habe weil ich irgendwie zunahe mit dem raketen war beim stürmen so wie du siehst und da hallo genau da hier bleibt genauer stehen nein das wirklich ja der bewacher ja nehmen wir da kann man stürmer nicht verlegt da kommt der nächste ist klar ich habe den sturm vor dem gesicht getroffen der hat überlebt ich bin fast genau verneigt einfach nur in das rein zu gehen die probe zu suchen dann ab zu haben wir nicht so nahe ich habe explosionsradius mit dem ding hat reingehen muss ja stürmer der mich verfolgt hat egal ich glaube wir sollten hier raus ja keine probe aber aber ich bin ja bluten hat von effekt verschwinden nein ich weiß nicht wie ich das jetzt machen soll ja aber jetzt da reingekommen willst du machen klamotten heimlich habe ich habe mich ich schrieb die ganze auge halte sich nicht war wenn man natürlich proben naja ich habe irgendwie noch fünf oder acht fünf und acht aber ja vor dem niedrigen sachen fahren wir wollen nur die lange zeug doch noch ja aber moment nicht in niedrigen kann man irgendwo anders noch fahren da kommt ein stürmer ihr schau ab weg sind alle hinter mir aber warum habe ich mich gerade gespritzt ja oder mein ding sparen gehen wir da nein ich habe aber nicht am ruckeln jetzt bitte ja ich mache mich weiter auf zwar hier eine kombination von einem rückstoß gewährt tut mich jedes mal voll irgendwie verwirrend muss irgendwie links rechts links da musst du zweimal links machen da tue ich hier irgendwie voll verwirrend ich tue immer links rechts links dann wieder rechts da passiert mir jedes mal na gut gleich aber glück und jetzt eine seltene ganz seltene in der euro die gegner erledigen bevor taxi rufen oder und nicht ob es irgendwie so aufbäumt oder in gesorgt ja dann rufen wir die wache ich habe hier oben hier ist nichts es geht da genau auf die fässer und da kann man welche da kann man geschützt da hat man geschützt gemacht da ist mal wieder nur zwei minuten ich glaube da war dieses eine was um 50 prozent erhöht worden ist ich habe aber ja taktik ausgestattet war natürlich hat er seine hofen ja elf kills ich muss nachladen also machen ich muss nachladen ich muss nachladen weg landung von pelikan 1 im gange mein gott wir haben wir waren ziemlich gründlich naja da haben wir einfach noch pech gehabt mit den zwei dinger ja aber stimmt gefunden wenn man an den richtigen orten hingegangen werden ganz so viele blaue dinge ein stern extrem jetzt können wir keine neuen sachen mehr keine neue ausrüstung jetzt haben wir ja schon alles verkaufen können man So, come on.